Ich verbinde mit der friedlichen Revolution 1989 vor allen Dingen persönliche Dinge. Die getrennte Familie konnte wieder zusammenkommen. Ich erinnere mich noch ganz genau an den Augenblick, wo die Maueröffnung mitgeteilt wurde. Am nächsten Morgen beim Frühstück ist das wirklich sehr berührend. Wir haben beide geweiht, meine Frau und ich. Und ich war gespannt, wie es weitergehen würde und war nicht sicher, wie gut das alles ausgehen würde. Politisch war auch manches fragwürdig, aber trotzdem fand ich es eine sehr glückliche, gelungene Sache und bin sehr froh darüber, dass es so war.